Hallo Leute, willkommen zur dritten Folge von dem Pixel Chop One und der Lieber ist diesmal auch wieder dabei Na, läuft ja, ne? Was, wir sind schon mal paar drei? Ah, was? Wirklich? Das gibt's ja gar nicht Ja, und das ist... Oh mein Gott Das ist so schwer Deswegen heißt wahrscheinlich Chop One schwer Weil es schwer ist, oder? Warte, psch Hä, wie soll ich... Stimmung hier, warte mal Stimmung hier, warte mal Stimmung hier, warte mal Stimmung hier Das war Stimmung hier Kann den Sprün schaffen? Den kann man bestimmt schaffen Die Witze sind schön dein Niveau, schön niedrig gehalten Warte ums Alter, der war so flach, ey Du bist auch flach, ey Du bist auch flach, ey Nee, das geht nicht Du bist reiner Flachwitzer, alter Und der war noch flach als der Graf vor Und der war noch flach als der Graf vor Oder so flach Warte Nein, ne, ne, ruder geflogen Lieb unter Witze Warte Aber ich glaube, ich glaube, wir hier an dämmt, ob man sitzt mir lange dran so wie es jetzt gerade schon losgeht Du sitzt an diesem Jump-Tron Ich nicht Ja Ich habe besser was zu tun Ich habe Ich habe Weil ich wieder eine Stadterweiterung sitze Wow, fuck, war der Sprung schwer Mann, das sind ganze Blöcke über einen, das nervt Warte 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 Was hat er, was hat es mit Badou zu tun? Ganz Blöcke, ne, weil wir in Minecraft sind Oh mein Gott, das sind Blöcke Ja, über dir Hat dir keiner in Minecraft gedacht, warte Walter, ey, jetzt, ganz ehrlich Der Witz lacht, ne Füße hoch, der Witz kommt flach Warte 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 Ich schicke dir eine Tüte, sprich in die Tüte, ich hör's mir da zu Hause an Okay Der ist besser Man, ich denke nie, damit er immer Blöcke überwürdig sind Kann man so scheiße springen, nur Ich hab voll mit Absicht gemacht So ein Traitor, oder? So ein Traitor, oder? Das ist ein Traitor Ja, bei diesem Job man sitzt mir sehr, sehr lange dran Ich hab' ich gesagt, du Hat er selbst mal geklärt Dann sitze ich halt sehr, sehr lange dran Boah, ey Das kann ja ewig dauern Ja dann, viel Spaß! Jo Hä, wie hab' ich denn grad vorhin denn geschafft? Ah Ach, scheiße, man So, jetzt Warum springt er nicht ab? Der läuft einfach unter, ohne zu springen Der läuft einfach unter, ohne zu springen Nö Wider Ich hab' ich mal die Livestreamsache Nö Ich hab' ich mal die Livestreamsache Nö Ich hab' ich noch nicht Nö Das machen wir irgendwann, wenn's knapp davor ist Ich kann ja noch darum Klasse Ey, das gibt's jetzt doch nett Hä, was? Was zur Hölle? Ich hab' ich hab' ich hab' eigentlich schon Neue Leute für unser Team vielleicht Wo, zwei? Also, ich hab' ich jetzt werbe Das, zwei Eine wollte Einfach mal dabei sein Der andere den Ding, den ich sehr gut Zu trocken zu viel In dem war der, der sich als erster Melder hat Mein Kollege Und ich schaff' den Sprung hier nicht Die ganze Zeit schon Seit fünf Minuten schaff' ich den Sprung hier nicht Obwohl ich schon übelst weit weiter war aber jetzt Warte, hä? Wie hab ich ihn grad vorhin geschafft? What the fuck? Meine arme Taschatur. Mann! Du auch so auf die Taschatur drauf hämmerst. Was? Du hämmerst ja auch auf die Taschatur drauf, das hör ich sogar schon ein. Ja! Ja, wenn das nicht geht. Hast du halt geboost. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab's grad mal zur Hälfte vielleicht. Können wir irgendwann mal zusammen eine Adventure mitzocken. Könnten wir. Alter! Wie unnötig ist das? Sehr unnötig. Hier kommt doch kein Dorf in die Wohnung rein. Zwo hoch. Ohne Tür zwar aber zu hoch. Das find ich geil. Das muss ich hier mal ändern. Das muss man ja mal ändern. Schieß neben, sag ich fertig. Ich kann auch mal Tür einbauen. Ihr Tür zerresforte. Kato. 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 Fliege zu holen kann er sich so unlogisch der Katarbel hat und schaffte die Sprengesnummer verletzt und die ganze Zeit geschafft es ist regelmäßig Ah, es wird wieder hell. Illy-Roy-GFH. Wir gehen gegen Vandalismus vor. Ich bin so. Alter! Ist der Baum hier reingekommen? Lass ihn mal. Ich glaube, die Kirche rein. Ich muss den Baum draus machen, ey. Ne, die Challenge schnaft echt. Ja. So, ich bin so. So. Ich höre deine Hintergrundgeräusche. Schön, meine Hintergrundgeräusche hört es mir. Scheißegal. Dafür soll ich immer. Meine Türe ist zu. Komisch, da hast du eine schön durchlässige Wand, Alter. Ja. So. So, jetzt. Also. Boom. Boom. Oh mein Gott. So, statt für schöne Wunder. Nein! Ich habe meinen Flug kaputt gemacht. Ich bin so ein üblerer Mensch. Verdammt, wie komme ich jetzt rein, um noch was zu beschädigen? Und nicht warum rein? Scheißegal hier. So. Zack. Alter. Oh mein Gott. Das ist ja Trollig. Trollololol, ne? Trollolol. Ja. Okay, wo geht's hier entlang? Alter, wachsen in dem Haus Pilze? Jolo. So. Äh. So. Zack. Nein. So, hier richte ich jetzt ein Riesenprojekt. Ein Haus. So groß wie eine LKW. Schick. Hallo. So, ich hab's mit Black einfach im Wegsinn mal. So, jetzt, warte. So, 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 man. Das ist ein Zweiersprung, Alter, es geht nicht, hier ist grad ab. Alter. Hä? Leucht bei dir, du fehlst. Jetzt. So, Alter, wie ich mich jetzt grad voll verarschen, ey. Das sind die leistischen Sprünge hier grad und... Wir wollen dich voll verarschen. Ja, ich glaub's auch. Der hat das extra für dich gebaut, um dich zu trollen, Alter. Ja, ach, nee. Der denkt sich jetzt wohl gerade im Moment, trolololololol, you locks. Ja, wer macht das nett? Hey, ich nicht. Ich hab das bei der Aufnahme vor ein paar Tagen gedacht. Da hab ich mir gedacht, lolololololololololololoswerf. So. Ich hab auch Werte, dass Supercraft aufbauen wollte, hab ich mal schön sein Inventar gecliert. Ich weiß. So, so ne geilo Aktion. Ey, jetzt komm, hm. Ey, wir hätten auch mal mit der TP'n müssen. Der nächste Gast ist ja schon festgelegt. Ja, ich hab's versprochen. Ich hab's auch jemand versprochen. Wirklich weh. Ähm, ja, ich kann mal, nachher, besprechen. Mann, jetzt hab ich's ein... Ah, fuck, das war doch jetzt grad vollkacke von mir. Ich darf ja keine Werbung machen. Ja. Oder ich darf keine Serverwerbung machen. Nein, ne? Du, dann hat sich zu später. Der Typ war mal in der Building Game Konflikt drin. Das ist ein riesiges Haus, Alter. Das ist riesig. So groß wie eine... große Kleinwagen. Letzter Sprung, ne, 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 letzter Sprung. Und ich baue dieses Haus aus. Und löckeln. Gott. Krasse Scheiße. Fuck. Fuck. Schön. So ein vorletzter Sprung oder so, grad gefällt. Was, wie lange aufnehmen? Ja. Ich glaube, 10 oder 20 Minuten. Sonst was. Ich weiß es. Die Aufnahmes gleich zu Ende. Ich sollte mir irgendwann mal für meine Aufnahmen eine Uhr nebendran stellen, Alter. Ja, könnte ich tun. Ich muss ja auch irgendwo mal ein FTV-Projekt anfangen. Wenn es funktioniert würde. Ja. Wenn es funktionieren würde. Ich schaffe den Sprung, es gerade nicht. Und machte ich auch keine Checkpoints rein, das ist echt ziemlich mies. Sonst wäre es doch scheiße. Ja, aber es muss, da muss immer... Sonst wäre das schwere Ding noch ganz scheiße ohne Checkpoints. Ja, trotzdem ist es übelst schwer. Na, und? Ah, jetzt brenn ich, fick dich doch. Läuft bei dir einfach. Ja, nee, ja. Okay. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Ja.